Hallo, in einem vorherigen Video habe ich schon mal die Lösung dieser Aufgabe hier besprochen, in der es um temperaturabhängige Widerstände geht in einer Reihenschaltung, zwei Güllampen. Und was ich jetzt hier in dieser kleinen Erweiterung oder einem Editor's Cut nochmal, Director's Cut nochmal machen möchte, ist ja nochmal so eine kleine Probe und nochmal vielleicht einen Plot einanschauen, einen Analysen von diesem Diagramm, was hier unten ist, was so sehr, sehr klein ist, wo diese Spannungsabhängigkeit der Widerstände und in dieser Spannungsabhängigkeit der Widerstände soll eigentlich die Temperaturabhängigkeit der Widerstände drinstecken. Das nochmal so ein bisschen besprechen und vielleicht irgendwie nochmal kurz ein paar Worte dazu sagen, warum hier 60 steht und warum hier 35 steht, wie man irgendwie auf diese Zahlen kommt. Also die Aufgabe, so war jetzt erstmal gelöst, die Leistung in den beiden Lampen, in den beiden Widerständen, für eine Temperaturunabhängigkeit der Widerstände und für dann die Temperaturabhängigkeit, die hatte ich hier berechnet. Ich hatte mich mal zwischendurch dann einmal verrechnet, habe das dann aber glücklicherweise irgendwie den Fehler relativ schnell gefunden, das wieder richtig gestellt und da kamen diese beiden Widerstände raus, so wie sie hier stehen mit diesen roten Werten, das sind die richtigen. Und auf dem Lösungsweg habe ich irgendwann mal diese Spannungsabhängigkeit der Widerstände, das ist die, die ja auch in diesem Diagramm dargestellt ist, umgeformt, indem ich das Ohmsche Gesetz hier oben eingesetzt habe, in eine Stromabhängigkeit. Und dann sieht man, dass der Widerstand, also der war oder der ist in dieser Aufgabe proportional zur Wurzel der Spannung, aber direkt proportional zum Strom. Und ja, eine Probe, die man hier auf jeden Fall mal noch machen kann, um zu schauen, ob das stimmt. Also was ich hier gemacht habe, ist am Ende mal den Maschensatz zu prüfen, die beiden Spannungen über den Widerständen auszurechnen, gucken, ob da wieder die Gesamtspannung, die Quellspannung von 230 Volt rauskommen. Was man mal noch machen kann, ist einfach diese Spannungen, die jetzt hier ausgerechnet sind, also ich habe erst den Strom ausgerechnet, aus dem Strom dann die Widerstände ausgerechnet und aus den Widerständen die Spannung ausgerechnet. Die Spannung hat auf jeden Fall schon mal den Maschensatz erfüllt. Was man natürlich mal noch machen kann, ist, wenn man jetzt diese Spannung hier kennt und die Spannung wieder in die ursprüngliche Bedingung mal hier einsetzt, in diese hier, dann müssen ja auch wieder die entsprechenden Widerstände rauskommen. Das ist der erste Check, die erste Probe, die ich mal so machen möchte. Und das mache ich jetzt hier einfach wieder in einem kleinen Octave-Fensterchen. Also U1b hatte ich das genannt. Das ist die Spannung. Das hat eben diesen Wert, den ich da schon ausgerechnet habe. Wenn ich davon jetzt die Wurzel nehme, so wie das diese Gleichung hier drüben sagt, diese beiden Gleichungen, und das mal 60 rechne, dann sollte da genau auch wieder dieser Widerstand hier rauskommen. In oben. 786. Das waren, hier oben sieht man noch den genauen Wert. Das war irgendwas so ziemlich in der Nähe von 786. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ah ja, okay, funktioniert ziemlich gut. Und wenn ich das mit der Spannung U2b mache und diesem Wert 35, dann sollte genau der andere Widerstandswert rauskommen, der hier drüben steht. Das passt auch soweit. So, und ja, jetzt kann man natürlich mal verschiedene, also ich suche mal nochmal dieses Diagramm vor von der Originalaufgabenstellung, versuche ich mal so ein bisschen rein zu zoomen. Also hier sind jetzt die Widerstände dargestellt in Abhängigkeit der Spannung von 0 bis 300 Volt mit genau diesen Dings und dann also mit genau dieser Wurzelabhängigkeit. Und dann hat mal jemand genau diese beiden Arbeitspunkte hier eingezeichnet. Ja, wenn ich das mal versuche, ein bisschen kleiner zu machen. Also wir haben ja an dem einen Widerstand, an dem ersten Widerstand 170 Volt. Naja, und dann sieht man so richtig gut passt das nicht. Da kommt man hier irgendwie auf 700 um. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt die beiden Arbeitspunkte sein sollen. Die zweite Spannung hier ist ja auch ein bisschen was kleiner. Also die müsste eigentlich eher irgendwie hier so sein. Ja, das weiß ich nicht so richtig, wo diese Linie herkommt. Ich meine, die 700 Ohm gibt es ja auch nicht wirklich. Die Originalwiderstände ohne Abhängigkeit von der Temperatur, die sind hier oben. Also okay, die beiden horizontalen und vertikalen Linien, die ignorieren wir mal, keine Ahnung, wo die herkommen. Aber dieses Bildchen hier, das würde ich jetzt ganz gern eigentlich noch mal nachbauen, noch mal nachvollziehen, noch mal replizieren. Und das mache ich natürlich auch wieder in Octave. Und dafür baue ich mir jetzt mal so Spannungen hin. Also ich nenne das mal U-Vektor, weil ich da jetzt oder vielleicht U-Array, aber ich nenne es einfach U. Also bisher war mein U 230. Ich packe jetzt in das U einfach verschiedene Spannungen rein. Und zwar will ich die mal haben von 0 bis 300. Und da hätte ich gern 301 Werte, sodass ich alle 1 Volt eine Spannung habe. Wenn ich mir mal die ersten 10 davon ausgebe, dann sieht man, dass das genauso klappt. Und wenn ich mir die letzten 10 ausgebe, dann endet das genau bei 300. So, sehr schön. Und damit kann ich jetzt natürlich mal mit der Gleichung, so wie sie hier steht, jetzt diese Widerstände ausrechnen für die verschiedenen Spannungen, die beiden Widerstände. Und kann das eigentlich dann direkt irgendwie auch schon plotten. Also mache ich das mal R1. Ja, R1 hatte vorher irgendwie diesen Wert, war ein fester Wert hier nicht von der Spannung ab. Also R1 setze ich jetzt auf 60 mal die Wurzel von der Spannung und packe mal einen Semikolon dahinter, um die Ausgabe zu unterdrücken. Dann sollten jetzt, muss ich vielleicht mal das Fenster hier so ein bisschen größer machen und das hier mal noch ein bisschen größer, dann sollten jetzt in dem R1, das hier irgendwie nicht auftaucht, doch hier ist das R1, dann stecken da auch 301 Werte drin. So wie das jetzt so sein sollte. Und wenn ich das gleiche mache mit dem R2, dann muss da ein Faktor von 35 hin und dann kriege ich für das R2 auch 300 Werte. Und jetzt kann ich die natürlich mal über der Spannung plotten. Also in Abhängigkeit von der Spannung plotte ich U1 und nochmal in Abhängigkeit von der Spannung U plotte ich den Widerstand R2. Und dann sollte jetzt ein Diagramm aufgehen. Das geht natürlich genau auf dem zweiten Bildschirm auf. Und jetzt schiebe ich das mal ein bisschen runter und suche nochmal das zweite Diagramm und packe das hier drüber. Und dann sieht man, dass das schon sehr ähnlich in die richtige Richtung geht. Jetzt können wir diesem Diagramm noch ein Gitternetz spendieren und wir können mal die Achsen beschriften und schreiben genauso dran unten. Das ist die Spannung in Volt. Und an die Y-Achse schreibe ich dran, das ist der Widerstand R in Ohm. Das Omega-Zeichen kriege ich jetzt nicht so auf die Schnelle hin. Und das hat ja die Person hier drüben auch nicht hinbekommen. Und dann sieht man, dass das schon ziemlich genau diesen Kurven, also wenn man sich jetzt mal den Abstand von hier nach hier, von dieser Gitternetzlinie anschaut und so, wo hier dieser Schnittpunkt ist, dann passt das schon ganz gut. Hier ist das eben erst ab 50 Volt dargestellt. Naja, eigentlich, und das ist ja auch noch so ein bisschen so eine Frage in dieser Aufgabe, wenn ich jetzt nochmal diese ganzen Fensterchen hier zumache, da ist ja die Frage, wie kommt man denn hier auf die 60 und wie kommt man denn hier auf die 35? Warum stehen da diese Faktoren? Haben die 60 hier was mit den 60 Watt zu tun? Aber wo kommen dann die 35 her? Weil das sind ja 100 Watt. Naja, und ich meine, letztendlich sollten die Zahlen hier so gewählt sein, dass dann im Idealfall bei dem Nennarbeitspunkt hier oben auch wieder dieser gleiche Widerstand rauskommt. So, und das kann man jetzt natürlich mal machen, wenn ich nochmal das Octave-Fenster suche, ja, und mal in diese Formel, die wir jetzt hier gerade benutzt haben, wenn ich da mal für die Spannung wieder 230 einsetze, dann sollte da natürlich im Idealfall genau dieser Widerstandswert rauskommen. Und wenn ich das mit dem 35 mache, dann sollte dieser Widerstandswert rauskommen. Und dann können wir mal gucken, ob das so passt. Ups, jetzt darf ich natürlich, muss ich das Semikolon löschen, damit wir eine Ausgabe sehen. Ja, aber dann sieht man, okay, da kommt schon sowas raus, was in der Nähe von diesen 881 irgendwas liegt, aber eben nicht genau diesen Wert hat. Und bei 35, tja, also da liegt das ein bisschen dichter in der Nähe, ist aber auch immer noch so ein bisschen daneben. Und tja, also wenn man jetzt eben genau diese Zahlen haben möchte, ja, also welcher Faktor muss hier stehen und welcher Faktor muss hier stehen, ja, dann muss ich die, also nenne ich diesen Faktor hier mal irgendwie K. Und wenn ich das in die Richtung von diesem Faktor umstellen möchte, tja, da muss ich den Widerstand, den Widerstand in Ohm nehmen und den durch diese Wurzel der Spannung in Volt teilen. Und dann sollte genau das K rauskommen. Und ja, genau das möchte ich jetzt nochmal ausrechnen. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt habe ich natürlich meine ganzen Widerstände überschrieben, aber den Widerstand R1, also genau ausrechnen könnte man ihn ja mit dieser Formel hier. Das schreibe ich vielleicht nochmal in eine neue Variable rein. Letztendlich ist ja auch eine, vielleicht nebenbei bemerkt, eine Erkenntnis, die sich aus meinem kleinen Rechenfehler hier ergeben hat. Also da habe ich einfach den falschen Strom eingesetzt, weil ich den einfach nur I genannt habe, obwohl das der Strom im Aufgabenteil A war. Also ich hätte den vielleicht einfach IA nennen sollen und IB, dann wäre das ein bisschen klarer geworden, dann hätte ich nicht diese Variablen durcheinander gebracht. Also den Nen-Widerstand, den packe ich da jetzt nochmal rein. Und zwar für die 230 Volt. Vielleicht muss ich, vielleicht mache ich das auch nochmal ein bisschen schöner und nenne mal das U-Nen oder U-Q, so wie das auf der Aufgabe steht, 230 Volt. Und dann kann ich den Nen-Widerstand ausrechnen. Das sollten jetzt wieder die 881 oder 882 Volt dort sein. Und genauso kann ich das mal für den zweiten machen nochmal. Mit der zweiten Leistung. Dann kommen da die 529 raus. So, und mit den Werten kann ich jetzt mal praktisch hier genau ein K1 und ein K2 ausrechnen. Also diese Faktoren in exakt. Sodass dann bei den 230 Volt trotz der Temperaturabhängigkeit genau bei diesem Punkt eben genau der gleiche Widerstand rauskommt. Und im Moment ist das eben nicht so. Also hier sind die Kurven mit den 60 geplottet und mit den 35 geplottet. Und naja, ich weiß nicht, so gut geht das glaube ich nicht hier in Octave. Jetzt müsste man Matlab haben, wo man hier so einen Datakursor draufpacken kann. Ja, aber haben wir ja gerade ausgerechnet. Also bei 230, hier die 230 ist ja irgendwo hier. Die 529, die passen ganz gut. Aber hier liegt, das sieht man schon, das liegt auf jeden Fall irgendwie über der 900 und nicht unter der 900er Linie. Wenn man da jetzt noch ein paar mehr Gitterlinien reinbauen würde, wenn ich das größer ziehe, dann macht Octave da trotzdem nicht mehr Gitterlinien. Okay, so, also zurück ins Octave und mal diese K-Faktoren, so wie ich die jetzt genannt habe, ausgerechnet. Aus dem R1 nennen durch Wurzel von UQ. Einheiten brauche ich hier nicht betrachten. Und dann kommt da eben was raus, was in der Nähe von den 60 liegt, aber eben auch nur in der Nähe. Das sind genau 58,135. Ja, und die hat dann irgendjemand, der sich diese Aufgabe ausgedacht hat, mal auf 60 gerundet. Und wenn wir das für den zweiten Faktor machen, dann kommt da eben ziemlich genau, ja, also genau 34,81 raus, was dann in der Nähe von 35 liegt. Also natürlich hat das noch ein paar mehr Nachkommastellen. Octave zeigt mir hier immer nur vier oder fünf signifikante Stellen an. So, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe und jetzt genau mit diesen Faktoren, also nicht mit den 60, sondern mit dem K1 das ausrechne. Und das R2 nicht mit den 35, sondern mit dem K2 ausrechne und das jetzt einfach nochmal plotte. Ja, dann haben wir den Plot neu. Da muss ich diese ganze Beschriftung auch nochmal einmal neu machen. So, und dann sieht der Plot, wenn ich den jetzt nochmal mit dem Diagramm in der Aufgabenstellung vergleiche eben, naja, so ähnlich aus, aber jetzt doch ein bisschen anders. Weil dieses Dreieck hier, was jetzt hier gebildet wird, das ist hier kleiner als hier unten und die Kurve hier, die sieht immer noch so ziemlich genauso aus wie vorher. Und jetzt, was ich mal noch machen würde, vielleicht ist in dieses Diagramm jetzt diese beiden Arbeitspunkte, also die, die sich hier ergeben haben, diese beiden Arbeitspunkte einzeichnen. Ja, und da muss ja jetzt genau dieser, bei dieser Spannung genau dieser Widerstand rauskommen, bei dieser Spannung genau dieser Widerstand rauskommen. Und, ähm, ja, die, die würde ich jetzt ganz gerne mal noch einzeichnen. Und dazu gucke ich mal, also das R1 im Fall B, im Aufgabenteil B, das hat diesen Wert, ne, und das U1 im Aufgabenteil B hat diesen Wert. Und genau da, jetzt nehme ich erstmal ein Hold-on, um, ähm, den Plot, tja, anzuhalten, wenn man so möchte, oder einfach in dasselbe Diagramm wieder reinzuprotten. Da packe ich jetzt mal, ähm, genau an diese Stelle, also an das U1 B und an das R1 B ein X hin, oder ein Kreis hin. Ich nehme mal ein X, ein Kreuz, ähm, oder vielleicht ein Plus. So, und drücke mal Enter, und dann sehen wir, Uh, passt nicht. Ja, okay, warum passt das nicht? Ähm, naja, weil das ja mit den, mit den falschen Faktoren berechnet ist. Also nehme ich mal doch vielleicht wieder die ursprünglichen, ähm, Faktoren in meine Berechnung hier rein. Ähm, also hier die 60 und bei dem R2 die 35, die jetzt ja nur so ein bisschen gerundet waren. Ähm, plotte das nochmal. Warum passiert jetzt eigentlich nichts? Achso, weil das das falsche, das falsche Plot ist. Jetzt muss ich erstmal Hold-off machen. Und einmal nochmal neu plotten. Und einmal nochmal neu plotten. So, dann haben wir ein neues Diagramm, nochmal Gitternetz, nochmal Achsenbeschriftung, nochmal Achsenbeschriftung. Und jetzt kommt, ähm, endlich mal dieser Arbeitspunkt dazu. Also der kommt jetzt hier mit einem Kreuz. Und bevor ich den mache, muss ich aber wieder ein Hold-on einstellen. Jetzt stellt man schon fest, man hätte das besser vielleicht in ein Skript schreiben sollen und nicht in so einen, ähm, einfach in der Kommandozeile. Hier ist jetzt unser Arbeitspunkt. Das ist der Arbeitspunkt von dem ersten Widerstand. Und genauso kann ich das jetzt natürlich für den zweiten Widerstand machen. So, und dann ist da der Arbeitspunkt. Und dann sieht man, dass die eben, ja, schon deutlich weiter auseinander liegen als so wie das hier unten. Also wo auch immer diese Linien hierher kommen, so wie die Person, die sich ausgedacht hat, ähm, die, die, die sind so, ja. Und, ja, was man sich jetzt vielleicht noch an der Stelle überlegen könnte, ähm, und das ist dann tatsächlich vielleicht auch nochmal ein sehr cooler Abschluss und eine sehr coole Lösung. Also ich möchte jetzt gerne nochmal diese vertikalen Linien hier einzeichnen, einfach um zu schauen, sozusagen bei welchem Spannungswert landet das hier unten und bei welchem Widerstandswert landet das dort. Und, äh, tja, um Linien einzuzeichnen, gibt es einen Linebefehl und der funktioniert so, dass man immer die X-Startparameter, ähm, also nein, den X-Anfangs- und X-Endwert und Y-Anfangs- und Y-Endwert angibt. Also wenn ich jetzt diese horizontale Linie hier zeichnen will, ne, dann fängt die bei X gleich 0 an und endet bei X gleich, ähm, U1, B, ja, oder hier. Und, ähm, der Y-Wert ist jeweils R1. Also, ähm, wenn ich jetzt mal den letzten Plotbefehl hier vorhole und den jetzt ändere, also ich starte spannungsmäßig bei 0 und ende bei U1, B. Das sind die X-Werte und die Y-Werte sind immer R1, B und nochmal R1, B. So, und das gibt mir eine Linie und die zeichne ich jetzt einfach irgendwie in der Standardfarbe ein. Das sollte jetzt eine horizontale Linie ergeben, die von hier nach hier läuft. So, schauen wir mal, funktioniert, ja. So, und jetzt brauchen wir das noch für den zweiten Widerstand. Da muss ich einfach nur das in Zweien ändern. Das ist auch eine horizontale Linie. R2, B. So, dann haben wir eine Linie hier unten. Jetzt brauche ich noch vertikale Linien. Bei den vertikalen Linien ist das genau umgekehrt. Da geht der Y-Wert von 0 bis zu der Spannung und, ähm, der, also ne, von 0 bis zu dem Widerstand und die, der X-Wert ist einfach bei der Spannung. Also hier kann ich den Spannungswert hier kopieren, U1, B und die Linie muss hier bei 0 loslaufen. Ja, dann kriege ich eine Linie hin, die sollte von 0 bis hier hochlaufen. So, das macht sie und das gleiche mache ich jetzt nochmal für U2, B. Und R2, B für die zweite Linie hier. Das sieht ganz fantastisch aus. So, jetzt haben wir diese beiden Arbeitspunkte. Und, naja, was ja jetzt hier irgendwie passiert und, ähm, was dann, tja, weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist oder das, da kann man jetzt nochmal einen kleinen Moment drüber nachdenken. Also, es sieht ja jetzt so ein bisschen so aus, wie wenn die hier irgendwie auf einer Linie liegen. Ja, und, ähm, also hier unten liegen die definitiv nicht auf einer Linie, aber das ist ja auch was, was offensichtlich nicht diese Schaltung erfüllt. So, und, ähm, also, das würde ja hier immer bedeuten, wenn die auf einer Linie liegen, dass das Verhältnis von Widerstand zu Spannung oder eben von Spannung zu Widerstand genau das gleiche ist. Und, wenn man jetzt mal auf unsere ganzen Förmigen hier guckt, also das Verhältnis von Widerstand zu Spannung oder von Spannung zu Widerstand, das ergibt ja den Strom. Und, da diese beiden Widerstände in Reihe geschaltet sind, sollte der Strom natürlich durch beide Widerstände gleich sein. Also, wenn ich jetzt mal noch eine Linie einzeichne, die von 0,0, ähm, bis hier hoch geht, bis zu diesem Punkt, dann sollte die auch genau diesen Punkt hier schneiden. Das wäre extrem sinnvoll, weil dann würde da einfach, ähm, das heißen, dass wirklich durch beide Widerstände der gleiche Strom fließt. So, diese Linie zeichne ich jetzt mal noch ein. Also, die muss gehen von, ähm, spannungsmäßig von 0 bis U1b und, ähm, widerstandsmäßig auf der Y-Achse genau so. Und dann sollte das eine diagonale Linie ergeben, die da hoch geht. Und, wie man sieht, läuft die auch tatsächlich durch diese beiden Punkte. Und, also, tja, das ist was, was mir jetzt tatsächlich auch irgendwie erst so im Nachgang einfällt, ähm, was aber, wenn man jetzt über dieses Diagramm hier mal nachdenkt, und vielleicht hat deshalb der Aufgabenersteller auch dieses Diagramm hier unten hingezeichnet, weil das natürlich eine ganz fantastische, äh, Variante ist, A, eine Probe zu machen, ob das so funktioniert, ja, ähm, weil das, das muss genauso sein, oder weil das, naja, wenn man jetzt bei der Lösung, ähm, diese Aufgabe eben nicht auf diese Trick, naja, Trickreich nicht, aber auf diese Umstellung kommt, ich muss, um das hier formell lösen zu können, um irgendwie die Gleichung auflösen zu können, muss ich die Abhängigkeit des Widerstands von der Spannung umwandeln in eine Abhängigkeit des Widerstands vom Strom, damit ich das irgendwie in eine Gleichung, ähm, formen kann, die nur noch eine Unbekannte hat und nach der ich auch umstellen kann, nämlich nach dem Strom. Und dann kann ich aus dem Strom eben die Widerstände ausrechnen, die Spannung ausrechnen, die Leistung ausrechnen. So, und, tja, wenn, wenn einem das irgendwie nicht einfällt, dann wäre natürlich eine zweite ganz, ähm, wunderbare Idee, das zu lösen. Also, ich müsste jetzt eine Linie suchen, ja, ich kann jetzt, könnte jetzt hier verschiedene Linien einzeichnen, so in verschiedenen Steilheiten für verschiedene, das würden sozusagen verschiedene Ströme sein, also hier hätte ich jetzt irgendwie, ähm, was haben wir hier, hier haben wir R durch U, ne, also das ist genau das Umgekehrte, also hier wäre es ein sehr großer Strom, der würde zu großen Spannungen führen, hier hätte ich einen sehr kleinen Strom, der würde zu kleinen Spannungen führen, ähm, aber ich muss eine Linie finden, die dann einen Schnittpunkt hier und einen Schnittpunkt hier erzeugt, so dass diese beiden Abschnitte, dieser Abschnitt, das ist ja die Spannung U2, und dass dieser Abschnitt, die Spannung U1, ist, dass die beiden zusammen genau die 230 Volt ergeben, die wir hier als Quelle draufgeben, und, also, ähm, ich behaupte mal, mit so ein bisschen Probieren kommt man da schon, ne, also man zeichnet die Linie ein, dann liest man mal diese Spannung ab, stellt fest, okay, die sind ein bisschen zu klein, dann muss ich die Linie ein bisschen flacher wählen, damit die Spannung größer wird, ah, jetzt sind die ein bisschen zu groß, dann suche ich mir wieder irgendwie was dazwischen, also, ich behaupte mal, grafisch gelöst mit fünf, drei, vier, fünf, sechs Linien, die man da einzeichnet, kommt man, wenn man ein großes Papier hat und einen spitzen Bleistift und ein scharfes Auge, dann kommt man da schon ziemlich, ziemlich dicht dran an diese Werte, ähm, und könnte über dieses Diagramm eben diese Aufgabe grafisch lösen, ohne diesen ganzen Formalismus hier anzustreben. Und das ist auf jeden Fall das, was ich nochmal ganz gerne in diesem Video hier zeigen wollte.